Hallo und Grüße zu Folge 106 Let's Play Landwirtschaftsseminator 22 auf der NF-Marchie auf meinem Kanal Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Ja, gerade ist unser 1050 mit dem Gruber Auftrag auf dem Feld 58 fertig geworden Das heißt, den wären wir jetzt dann wieder Zur Werkstatt schicke Das heißt, jetzt brauchen wir wieder den berühmten Abfahrer Feld 41 Dann packen wir den nochmal wieder Der ist angekommen, der muss dann wieder zum Feld 61 zurück Ja, da packen wir uns den Verkehr Zwiebelchen Möhren rein, Zwiebeln rein, Weißkohl rein Das gibt einen schönen Salat Da dir gefällt mir nichts, wirst du da schon wieder stehst Das gibt mit Sicherheit sonst wieder Gemecker Wenn da die Zwiebelmeister vorbei wird Ich komme schon unter 10 Ich bin ein bisschen steh Ich bin ein bisschen steh Ich bin ein bisschen he response auf der straße komisch da mal rüber ohne ging das nicht genau da ist eine leitplanke ich habe mir gedacht ich fahre mir da durch wenn man auf die straße kommt ich bin ja so schön an dem bäumchen vorbei gekommen aber ich dachte mir glaube ich glaube jetzt werde ich an den baum kleben das hätte funktioniert allerdings das ist doch nicht so dann können wir mal kassieren gehen die 58 27.000 das läuft ja alles also ich fahre nichts drinnen bild 41 dort und 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 das ist mein Lüfter davon bei Neudatros ist ganz sicherlich gerade radiator so dann auf dem park auf nullerplatz wochen ausgefahren ich habe mir den vorderen agloplon Hallöchen da schon wieder 70% drin gehabt eingepackt jetzt machen wir uns den ankommen wenn er dann drin hat 80 prozent oder wird es jetzt nicht schafft er nicht noch mal eine runde sonst hätte ich hier gewartet bis er kommt ich glaube das wird zu viel das feld noch erweitert mit dem opfern so 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 Dann haben wir ja das Feld 44 auch durch. Aber ich glaube, dass wir Weißkohl in einem anderen Feld haben. In einem Aufdruck. Jetzt können wir mal schauen. Bei dem muss es natürlich sowieso erst einmal repariert werden und betankt werden. So, was haben wir mit die 44? Feldfertig, Lieferung 55%, bei dem haben wir noch 509.000 Liter. Gut. Das heißt, da werden wir dem einen Kollegen noch einmal so eine kleine Achterung geben. Also achtmal abfahren und abladen. Ich glaube, dass wir noch einen anderen Weißkohl haben. So, das machen wir noch ja. Einen. Einen. Und weg. So, Verkaufbahnhof, ne, da ist dann der ganze Weißkohl drinnen. Kannst du, dass ich den Tor aufgefahren habe, nein, da werde ich im Zwischenlager liegen, jo, Verkaufbahnhof, komm bleiben, Silo Zwischenlager, ne, kein Weißkohl, ne, und das ganze bitte mal in acht Töns, aber ist sie mir am Anfang, schauen wir mal, ob das reicht, aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an, ich sage danke fürs Zugucken, hoffe die Folge hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns zum nächsten Let's Breche auf der NF-Marsch wieder, bis dahin, alles Liebe und Gute, I'm a Rick, pfitt euch! Bis zum nächsten Mal.